Das ist Hollenstedt hier, am 20. Oktober 2012. Hollenstedt liegt im Landkreis Harburg. Vor uns ein Tränker, das macht auch nichts. Jetzt müssen wir langsam ruhig fahren. Gut, fahren wir erstmal gleich hier ran. Erstmal tanken, dann gehts weiter. Wir haben den großen Tiger im Tank. 1,2,6,9 hier. Weiter gehts. Auf der links hoch. Links wollen wir. Bis an den Rücken brauchen wir. Bis hier links. Hier haben wir noch eine neue Vorsitzung. Mal weg zusammen wie immer. Achtung heute so. Und das Sonnenpunkt. Hier haben wir noch eine neue Vorsitzung. Das wäre es dann auch schon aus Hollenstedt. Am 20. Oktober 2012.